Und damit herzlich willkommen zurück in einem neuen Let's Play League of Legends. Bisschen spät rein heute, aber ist nicht schlimm. Ich hab mir das Team noch gar nicht angeschaut, weil ich... Ah, okay, 6, 5, weil ich mir gerade so eine Konfit zusammengestellt habe für den Herrn Israel, mit dem ich jetzt spielen werde. Denn jemand wollte, dass ich den Israel spiele und das tue ich jetzt auch zum zweiten Male. Vorhin habe ich gefeedet und zwar so böse, dass ich das nicht zeigen wollte. Ich glaube, ich hatte 7,11 oder so und am Anfang war es erst mal 0,4 für mich oder 0,3. Und das war halt so böse, dass ich das völlig nicht zeigen. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal neue Aufnahmen, mal wieder einen Blitzgang mit diesem Team. Und wir schauen mal, kenne ich irgendjemanden hier, Bockband? 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versallen. Nö, alles, also unbekannt mir. Ähm, da ist der Yi, dann helfe ich dem Yima, da kommt auch die Elise gerade schon. Wacht, die Elise. Die Spin! Die Spin! Ist geil! Look, Elise! Die Vasallen sind erschienen. Auf geht's! Ist das nice, ey, ist das nice. Okay. Schade, dass sie nicht stehen geblieben ist. Ist ja so schön gewesen jetzt, ne? Oh, 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 oh. Die Spinkeller gar nichts. Jawohl. So, hier ist alles vorbei. Macht den der Blitzquink? Macht den der? Immer auf die Umgebung, Anna. Okay, gut. Was war das denn jetzt für eine Aktion von Blitz? Okay, hat er sich doch seinen Dings verbraucht. Nein. 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 Warum ist der Blitz denn nicht mitgekommen? Oh, Mann. Es geht schon wieder mega gut los, ey. Es crappt dann rein und dann rennt er weg, ey. Ich bin begeistert. Ich habe nicht ein einziges XP bekommen. EP bekommen. Blitz ist gleich tot. Oh, mein Gott. Blitz, ey. Das Spiel beginnt mega gut. Ich freue mich jetzt schon drauf. Haha. Juroon, so ein Zeug. Es ist einfach echt schön hier wieder. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Sind sie auch so gar nicht erwähnt? Ja, klasse. Ich kriege natürlich jetzt den übelsten Damage von dem S-Lar, weil da zwei in der Beziehung ist. Der Blitzkink guckt wahrscheinlich gar nicht mehr rum. Die Lust verloren hätte ich aber auch. Oh, ne, da ist er, ja. Am besten ist er noch ein Farmstealer, jetzt sind wir nicht richtig gewesen. Was macht der Typ denn? Wer braucht schon eine Karte? Alter Schwede, ey. Da wird's gemäht schon mega aufhin. Komm schon, komm schon. Ja. 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 Nein, warum hast du den? Egal. So, jetzt habe ich hier nichts, dass ein S-Lar bekommen. Und ein Kill. Okay, und... Oh. Ja, habe ich. Habe ich. Und die hat's auch. Die hat auch. Nice. Nice, 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 nice. Report for draw, pick, noob and draw. What the fuck's real? What the fuck's real? Here's sleep again. Ja, es tut mir leid. Ich war gerade mit Farm beschäftigt. Das ist aber nice, wie du aufwirst zu farmen. Was heißt hier überhaupt sleep again? Das ist die erste Mal, dass ich hier... ...dass du was gepinkt hast. Genau, es ist auch sehr intelligent mit Level 4 in Tower zu pushen. Aber ping ruhig weiter. Oh, da habe ich ordentlich Schaden ausgeteilt. Oh, 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 jiii, jiii, jiii. Nein. Ja, verschwindet hier mal, Freunde. Nichts mit Kill für euch. Und sieht euch übrigens im Gras. Oh, Israel. Äh. Jetzt muss ich mich hier dazwischen stellen, damit der nicht stirbt. Hier drüben. Oh klar, warum gehen wir nicht... Ja, stirbt unschweiler. Hörst du, warst du mal auf den Farm zu stilen? Boah. Zeit sich die Hände schmutzig zu machen. Ich habe, glaube ich, sollte vielleicht mal die Konten, die... ...die Geschaffenheit meiner Maus ein bisschen zu uns setzen. Weil wenn ein Craps dann bitte so, dass auch in Tower landet. Ja, klasse. Boah, was ist das für ein Farm hier, der hier ankommt? Ach, meine Güte. Boah, alter Schweder. Auf geht's. Ein Verbündeter wurde getötet. Boah, ho, ho, ho. Das geht wieder ruhig. Oh, ho, ho, ho. Nein, 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 nein. Ich gehe erstmal weg. Nein. Oh, es kann nicht sein, ey. Es kann echt nicht sein. LoL. LeCamp... LeCampMe. LeCampMe, achso. Okay, ich müsste noch was kaufen kurz. Ein Verbündeter wurde getötet. Äh, ich gehe natürlich wieder zuerst auf... Ich habe mir keine Konfi gemacht momentan, aber ich habe eine... ...ähm, auf dem Zettel hier stehen. Und zwar brauche ich zuerst die Stärke der Dreieinigkeit. Ähm, dann machen wir wieder nach unten. Nachdem ich... Schaffe ich die Menge. Ein Gegner wurde getötet. Habe ich nicht geschafft. Ich bin Level 4, kurz vor Level 5. Der gegnerische Esrael ist 2-1-1. Ich bin 1-2-2. Der Unterschied ist jetzt noch nicht so gravierend. Ich frage mich, warum ich die Maus zu extremen herbewege. Jetzt wird's aber Zeit. Jetzt wird's Zeit, ja. Das werde ich mal mit mir machen. So, der ist im Gebüsch drinne. Das ist jetzt gleich mal aufhören, langsam in den Farms zu stülen. Oh, oh. Ich weiß nicht, was Darius eine Ulti ist, aber er hat sie. Was macht denn die jetzt hier unten? Wenn er mir 6 Sekunden gibt, dann ist er dauernd. Oh, das war so intelligent. Oh, mein Gott. Renn, Renn, Renn. Renn, Renn. Boah. Boah. Hui. Ah, hat seine Ulti noch. Hat seine Ulti noch? Oh, mein Gott, hat seine Ulti noch. Was ist das denn jetzt? Hör auf. Ich hätte mich jetzt angegriffen. Ach, war ich schaden am nächsten Viehmacher. Ah, stimmt. Oh, mein Gott, habe ich gerade noch so ausgeschafft. Ach, da habe ich schon kein Mana für die Ulti gehabt. Zu meinem Glück. Das haben wir alle draufgegangen. Stimmt, da hätte er es ja gleich hinterher gezündet. Ähm, Stärke der Dreieinigkeit und dann hole ich mir Crit-Chance noch mal ein bisschen. Und sobald ich Level 6 komme, können wir da versuchen, was zu machen. Aber ansonsten ist es sowieso stärker als ich. Kill Wolli. Oh, je. Report mein Team, please. Ja, Report ein Team, weil 5 zu siegen. Und du stehst da, äh, Stärke. Ein Report mein Team, der macht nur scheiße, der Typ. Der macht nur scheiße. Nimmt mir den Farm, schreibt scheiße in den Chat, aber Report mein Team. Oh, die vier. Der braucht schon eine Karte. Der geht zurück. Stirb. Ist das nice. Ich habe gekillt. Ich habe noch nicht gerechnet, dass ich mich ranporte. Weil ich gerade meinen Jump schon benutzt hatte. So. Hier nochmal erledigt. Dann habe ich jetzt 2-2-1 und er hat 3-2-1. Er ist mir immer noch ein Stück voraus. Es sieht jetzt im Farm-Session nicht aus. Hm, ist immer auch voraus. Also mache ich wenigstens was zu beschaden, wie er nicht weiß nicht, warum ich heute so komisch da sitze. Ich weiß es nicht. Ich mache meinen Glitch schon ein bisschen anders rücken. Da ist es sich dann bequemer da. So. Aua. Aua. Was macht das schon? Drei gegen drei. Drei Full-Life gegen drei Half-Life. Na, na, ne, klasse. Was macht denn der? Ich zweifle an den intelligenten Maschinen langsam. Oh, oh. Hier ist also doch noch hier. Ja, nice. Mein Kill. Ist das geil 4, 2, 1 3, 2, 3, 3, 3 Oh mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Was ist denn? Oh Habe ich auch gerade ein Schwein ohne Ende gehabt Hätte ich das eine Sekunde später mit, dass er da rausrennt Ich würde da mal weggehen Wenn nämlich einer fehlt, dann bist du das, mein Freund Und du findest auch noch nicht so stark, aber Oh, Alter, das mit der Botlane läuft jetzt richtig gut Momentan, kann auch ganz schnell wieder anders werden Ich weiß Was macht der denn? Uh, 30 Gold Ich darf jetzt bloß nicht zu akklusiv vorgehen Und beide selbe, die gab's Nein Das war so klar Das war so klar Dann kriegst du 500 Gold extra dafür Flitzkrieg rennt doch nicht aus dem Turm raus Mann, was machst du denn? Das ist ein, das ist ein Held Wieso rennt man denn aus dem Turm raus? Das ist ein Held Bescheid Das ist ein Held